Wenn ihr jetzt mal runter kommen würdet und mir helfen würdet... Ja, komm hoch! Yo Leute, willkommen zurück zu Blender 2! Bei einem schönen Mittwoch-Mittag wünsche ich euch allen zusammen. Ja... Es ist ein Weichenherr wieder, wie immer, wenn ich das hier spiele. Das ist ein Weichenherr ist, aber heute ist ein ganz besonderer Aufnahmetag, weil es wird die letzte Folge sein und letzte Aufnahmesession sein, wo ich von diesem Standort hier, wo ich jetzt gerade bin, ausmachen werde. Ich ziehe nämlich nächste Woche um. Für euch sollte es nochmals keinen Unterschied machen. Hoffe ich zumindest. Für mich verbessert sich einiges. Ich habe jetzt ein anderes Internet, schnelleres, noch schnelleres. Und... Es wird aber sich ein bisschen was ändern. Vermute ich mal, was hier die Aufnahme... Zeit angeht und so. Weil... Markus und Sven haben sich jetzt leider nicht mehr gemeldet. Und... Waaah... Deswegen weiß ich nicht, ob sie nochmal zurückkommen werden. Weil... Wir haben auch jetzt Privatleben. Wenn nicht, wird es mit mir weitergehen. Auch mit, ähm... Eve Online auf jeden Fall. Da bin ich jetzt ziemlich erfolgreich geworden. Waaah... Was heißt ziemlich erfolgreich, wenn man viel erfolgreich sein kann. Ähm... Ähm... Ja... Ich suche das immer noch... Sehr oft. Deswegen... Wer ich jetzt demnächst, wird auch mal wieder ein paar Videos machen. Was hat sich bei Planetzeug getan? Ähm... Relativ vieles. Ähm... Wie ihr seht, hier kommt, oben sind jetzt solche Basen. Wo man einnehmen kann. Waaah... 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 Ähm... Es wurden jetzt neue... Sachen implementiert, wie die Ant. Waaah... Wo man auf dem Test-Server gesehen hat. Ähm... Moment... Wo haben sie denn hier Fahrzeuge? Die... FNT... Was ist FNT? Ja, genau. Das sind so hier... Abbau... Fahrzeuge... Gedöns... Die sind jetzt implementiert worden. Genauso wie diese Basen hier. Hm... Das sind... Diese hier. Die bringen Punkte. Und die sorgen dafür, für ähm... Siegespunkte generieren die. Und... Ja... Aktive Kerne. So, das seht ihr da unten. Kann's leider nicht... Kann nicht drauf? Nein, kann nicht. Auf jeden Fall generiertes Siegpunkte, verfeinerte... Cort... Cortium... Und bla bla bla. Das wurde auf jeden Fall neu implementiert. Ich bin ja wieder gespawnt. Und ja... Man muss sie halten, um Punkte zu bekommen. Und natürlich sind hier auch sehr beliebt. Angriffsziel... Oh, schön. Mosquito Kill gemacht mal. Mit der Pistol... äh... Mit einer kleinen Waffe. Und die sind sehr umkämpft jetzt, wenn sie online gehen. Und deswegen... Müssen wir da immer gucken. Dass wir sie jetzt so schnell wie in eigene Hand kriegen. Und das versuchen wir gerade. Der Gegner versucht die natürlich auch jetzt zu blocken. Die Bemühungen... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Das ist doch... Oh, oh, oh... Ach, nein, das ist nichts Wichtiges. Oh, ja... Ja, ja, Moment, 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 ja... Ja, danke. Weil... Ich bin ja gerade noch alles gut. Ähm... Es gibt eine neue Dynamik in dem... Oh, oh... Fuck. also es bringt eine neue dynamik mit ins spiel bisschen was anderes mal hat auch lang genug gedauert was mit blöde 2.0 sein soll weiß keiner noch was also das soll anscheinend kommen wann wie und was da kommen wird weiß auch wieder keine sau sie programmieren und programmieren und programmieren kann sein dass ich doch auch bullshit aber und das ist ein blöde 2.0 dann wäre ein bisschen enttäuscht aber ja was man machen aber so ist es halt wenn das wirklich 2.0 war was wir nur mit den stationen der extra station ein rein implementiert haben dann wäre es echt schwach ja ich weiß es nicht ganz genau was jetzt genau da kommen soll wohl vieles gesagt vieles aber wir verworfen habe ich c4 eingelegt du idiot wenn er jetzt mal runter kommen würde mir helfen würdet ja noch danke für den zweiten kill deinem leben eine granate raus sie kriegt auch da ist wieder eine max weg 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 da ist eine max sunny ja eigentlich läuft sie recht gut gerade flüssig meine fresse was ist denn heute los hauahahahahahaha bleibt tot dass es die sande war es ist ein regio fällt das sind das ein schildrennen ne heilfeld gut für die jetzt eine weile nicht gespielt habe ich glaube ich muss so lappig finde ich ja was gibt es bei mir ja wie gesagt ich zieh jetzt in meine eigene putze und dann wird es auch ein bisschen mehr events geben weil ja es ein bisschen offener alles ich habe jetzt auch eine webcam kann auch sein dass ich da mal ein webcam aufnehmen da seht ihr mich auch mal zocken ach du scheiße hast hier dritte liegen und ja wie gesagt einige kleine besserungen änderungen geben es wird auch mal geben dass ich mal machen es wenn endlich mal treffen aber das sollte eigentlich ein anderes thema sein das war genug gesappelt und konzentrieren hier weil ich hier kann ein bisschen hart auf die nuss kriege ich weiß nicht woher die schüsse kommen die hoffen immer noch da oben auf dieser trecks base ich glaube ich habe das gesehen nein 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 mein freund so nicht so nicht so leicht mache ich dir das nicht hab dich gesehen ungespielt ich weiß nicht ob es wirklich ungespielt war von den youtuber und ich weiß nicht ob ich auch hochkomme ohne dass sie mich sehen es ist wenn im c4 kriege oben ja nichts ins wanken sie haben dafür viel zu viel ich wüsste nicht mal was ich darum machen sollte ist das ein brawler eingesetzter brawler gegen den komm ich eh nicht dran aua sind das autogeschütze wo ich da freuen oder ist da einer drin ich weiß es nicht kann es nicht überteilen ob da einer drin sitzt oder nicht shit boah alter gemessert ja ich hätte ihn fast gehabt ja aber es war jetzt ein langes leben fast fünf minuten an stücke spiels ja kann nicht mit leben wenn wir nicht vorrücken komme ich nicht vorwärts haben wir haben hier auch eine fabrik nächstes mal ich versuche mal von hinten an die fabrik ranzukommen aber als ein mannfunktion ist es ein bisschen lappig vor allem quer